Der erste Teil war ein bisschen einfacher. Scheiße. Das sind die hier, das sind die Scheiße. Haha! Ja, das meine ich. Hier kann man sehen. Das sind die Scheißinseln, die gehören niemandem. Weißt du ganz genau, was das war? Falsch. Scheiße! Jetzt steigen wir die Schwierigkeitsgrad. Und das ist Flaggenquiz 2.0. Vito, Sartana. Ja, in dieser Reihenfolge ist es schwieriger. Ah! Vito! Vito! Knapp so. Scheiße! Voller Unrecht. Ja, das sieht jetzt... Ja, das ist eigentlich schlecht. Yes! Hilfe! Kompliziert. Ja, das sieht jetzt aus. Ja, das sieht aus. Jetzt ist es wie in 0,5 Mille gemalt. Aber... Wichtig, dass es fehlen kann. Nur wegen. Warte, ist das so die Farbe? Ich bin mir gar nicht sicher. Hör auf, hey! Wie soll ich eine Drache malen? Jetzt weiss ich nichts. Oder andersrum wieder. Ja, das ist die Schwierigkeit gerade. Es ist andersrum. Ja, so ist das. In die Richtung. Ja. Eddie tötet mich, wenn ich das nicht jetzt hier kann. Da bin ich relativ sicher. Das ist auch ziemlich einfach zu zeichnen. Ja. Mein Stern ist nicht so, warte. Ich weiß nicht. Ja. Federico. Das ist scheiße mit dem Außenteil. Ich mach jetzt ein bisschen schneller, aber nicht so schnell daran. Ja. Ja, das ist mein... Ja, das ist mein... Ja, das ist mein... Ja, links. Ja, gut. Also, bei Kunst habe ich fast durchgefallen bei der Schule. Ja, schon. Das ist auf jeden Fall eine schwierigere Reihenfolge. Vielen Dank. Gerne, gerne. Das hat Spaß gemacht. Ja, es ist unser Herrscher, es muss mir, wenn es die dritte ist. Ich versuche es mal, wenn ich meine dritte ist, dass wir das dritte ist.